Musik In meiner Reihe Stochpackt an, war ich heute zu Besuch bei der Flughafenfeuerwehr in Stuttgart. Es ist beeindruckend, wie die Mitarbeiter hier für Sicherheit sorgen. Wir sind mit dem großen Flughafenlöschfahrzeug gefahren. Wir haben auch eine Löschübung gemacht. Wir haben gerade auch auf der Drehleiter gesehen, mit welchen schwierigen Situationen Feuerwehrleute zu tun haben. Sie sind für uns alle ganz wichtig, nicht nur hier auf dem Flughafen. Die Feuerwehren in ganz Baden-Württemberg, in den Städten, in den Gemeinden, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, sind ein wichtiger Faktor der Sicherheit. Über 180.000 Männer und Frauen sorgen für diesen guten Dienst. Und deswegen möchte ich ganz herzlich Danke sagen, allen Feuerwehrleuten in Baden-Württemberg, für den Dienst, die sie für die Allgemeinheit verrichten. Ich wünsche euch alles Gute und ich wünsche euch vor allem, dass ihr immer gesund von euren Einsätzen zurückkehrt. Musik Musik